so ja jetzt geht es wieder schnell genau also auch alles machbar ne salz kruzifix und bewegungssensor das ist doch gut nämlich was hast du jetzt hast du schon mal eingepackt ich habe ein bisschen nur thermometer taschenlampe und soll ich wieder emf mitnehmen oder kann zu machen mir ist das egal ich habe jetzt den bewegungsmelder eingepackt und einem foto aber direkt mit so also mit temperatur findet man ja zuverlässig zumindest im raum ja hier bei diesem spiel schon das finde ich hier besser als bei dem anderen ja dass das thermometer bei gott hier unten ist es nicht das thermometer bei ghost exile ist wirklich ja da ist das echt nur dafür da um zu gucken ist die gefriert also der atem wirklich auch atem also ja okay hier hinten ist 68 aber die schränke sind auch okay so hier ist zehn da eine tür angekrabbelt und ich habe keinen finger abdruck mit scheiße kannst du mal gucken wo du wirst ein emf die nicht die nicht hier ist emf 3 ok 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 temperatur ist sie drinnen 8 14 also hier sind nicht drin ok ich habe jetzt 2,4 an der warte mal 13 wo waren jetzt gerade 5,3 6,4 also ich habe im flur kältere temperaturen als hier drin hier ist 14,3 5,4 2,2 hier ja gut 1,8 dann kann er ja gut hier sein dann packe ich den mal hier dran ja 4,6 ich noch mal haben wir hier hinten taurkarten ja guck an ja hier ist auch 2,4 also der muss hier im wohnzimmer sein sehr gut okay also holen wir am besten erstmal kameras und so ja auch scheiße nein ich will das ding ja okay das passt ja das kann man immer so schlecht sehen ja das stimmt das stimmt also wenn wir danach gehen dann dann hat er wieder keine gefriertemperatur ja ich stelle mal hierhin also eher wohnzimmer oder eher flur ja schwer zu sagen da hinten wo du jetzt stehst war auch 2,2 aber hier auch ich bin unentschlossen so nee das ist ganz falsch ich glaube ich habe das hier recht ich habe die art ja minus 0,5 habe ich jetzt hier drauf gehabt ist so perfekt ja minus 1 also gefriertemperatur gut dann einmal ich mach mal hier licht aus so beweise gefriertemperatur zumindest schon mal ja das ist doch ein guter anfang schon mal ja ich hatte gerade gefriertemperatur für mich innerlich schon ausgeschlossen ja und manchmal kommt es später ne ok ich sehe nichts da ja wir stellen ja an der bewegungsmelder das ist schon mal gut ich glaube ich habe auch Dots gesehen oder das weiß ich nicht ah das sah wie Dots aus also ich dachte ich hätte so ein Schemen gerade wahrgenommen bin mir jetzt aber nicht sicher ja gut ich passe auf ich tue ein Kruzifix dahin und noch die zweite Kamera du hast vielleicht einmal kurz die Dots im Blick weil ich meine ich hätte was gesehen ach ne was wollte ich jetzt mitnehmen achso Kruzifix Kruzifix und äh ok vielleicht hätte ich auch einmal Sanity nehmen sollen so das müssen wir glaube ich auch noch machen ne ja ok ich bringe das zweite Kruzifix rein und ja was haben wir noch Salz Salz habe ich auch bei und Kameralichter ne ja ich kann auch noch mal eine mitnehmen und Salz auch und dann ich weiß nicht sollen wir schon Sanity nehmen oder ja komm so ein Gefrier muss ich auch noch eintragen der Dämon ist noch da drin zack jetzt nehmen wir mal die Fischlampe und dann rein ok also wie gesagt bei Dots bin ich mir nicht sicher ne ja alles gut aber der hat den Schrank hier auch angegrabbelt ok warte mal haben wir Fingerabdruck schon hier ne 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 glaube ich noch nicht ich schmeiß dir mal die Kamera dahin ich hole mal eben ok vielleicht ist er auch im Flur ne also ein bisschen weiter hinten achso die Towerkarten sind noch nicht achso doch die sind schon fotografiert ne ja ja schon irgendwo durchgeleitscht ne nö oh hier ist Fingerabdruck guck mal kannst du ein Foto machen ja also haben wir ja beide Beweise schon oh jetzt ist er durchgelaufen jetzt haben wir beide Beweise schon ja ja du musst gucken ob da Frussabdrücke sind sowieso ich habe doch Schritt achso ja guck dann ja manchmal nimmt er das nicht schon ganz oft gehabt dass wir das fotografiert haben und dann hat er das nicht genommen achso jetzt da hinten auch wieder Schritt er trampelt hier aber gut durch ja du scheinst dich eher hier aufzuhalten ne oder meinst du das ist unabhängig davon er ist jetzt hier gerade habe ich hier einen Schritt gesehen so in die Richtung ja den habe ich fotografiert achso ja ich weiß es nicht also welche Tür ähm du fotografierst einfach da ist gar nichts ja gut kann ja Interaktion sein ne hier die war das ok jetzt habe ich hier auf 0 also der Fotoabrat ist jetzt leer ok jetzt die Frage liegt das Kreuz hier hinten richtig oder soll ich das auch weiter nach vorne packen oh Gott warte mal der hat schon wieder hier der ist schon wieder in der Tür so Fingerabdrücke sagst du ne aber hier ist auch Minus ne hier ist überall Minus ah Dämon, Hantu, Djinn, Mimic das finde ich jetzt irgendwie ungeil ja vor allen Dingen hatten wir auch schon mal warte mal ich möchte mal raus ich muss das mal ich kann nicht hier drin so ähm so Djinn, Hantu Djinn war ein Djinn bewegt sich schneller wenn sein Opfer weit weg ist dem Ort seinen Strom zu entziehen hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten ok hm Hantu bei niedrigen Temperaturen können sich die Hantu schneller bewegen ein Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer aber wenn es wenn es ein Hantu ist dann hätte er doch dafür gesorgt dass der Sicherungskasten öfter ausgeht oder nicht ähm warte mal warum weil dann ist doch auch kälter oder nicht im Haus könnte sein ich weiß es nicht genau das was mich jetzt interessiert ich mach mal die Dots eben auf ich hole schon mal Räucher sicher ist sicher ach ja wir können die Aktivität hier gar nicht sehen so Kruzifix ist es noch nicht also dann würde ich momentan auch ich würde weil ich hm ja bitte ich wollte gerade sagen Dämon Dämon will ich ausschließen weil der ist nicht aggressiv so also nicht so richtig ja und ich will jetzt gucken ob hier das ist jetzt aber auch wirklich wenn wir einen Orb sehen Mimik hat ja ganz oft auch seinen eigenen Orb stimmt da könnte man natürlich gucken aber hatten wir noch eine Kamera ja was ist das ich sehe jetzt so nichts ich nehme nochmal Sanity haben wir schon hast du zweimal Sanity genommen nein wir haben beide vorhin Sanity genommen haben wir Sanity genommen ja ja ich kann jetzt schon wieder nicht nehmen ja dann hast du noch super ja ich bin mental mental bin ich halt gefestigt mega also die Kruzifixer und wie viele Fotos haben wir ja wir haben schon ein paar eins zwei drei vier wir haben den noch noch gar nicht gefunden stimmt ja dann können wir den auf jeden Fall suchen ich habe Räucherstäbchen mit übrigens ja ich habe einmal Ersatz mit wieso was hast du denn als achso du nimmst doch eine Kamera mit sonst schmeißt die Kamera doch da da rein und hol dir noch ein Feuerzeug ja komm mal auf übrigens ich weiß jetzt nicht außer die Schränke in der Garage wo jetzt ein Versteck ist ne ähm die Schränke hier vorne im Zimmer sind zu die im Flur sind zu das Babyzimmer ist zu läuft bei unten so aber also wir müssen zur Garage ich packe jetzt hier Räucherstäbchen also wir müssen zur Garage ich packe jetzt hier Räucherstäbchen ich habe jetzt meine Räucherstäbchen hier vorne hingeschmissen jetzt müssen wir nochmal gucken wo die ach so genau jetzt weiß ich wieder was ich wollte warte mal kurz die Tarotkarten holen? nee ich guck jetzt per Hand nochmal ob ich den aufkomme oder immer deine Taschenlampe außer sich ok 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 das ist ok 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 mach mal mit funk gerät ja kurz ich bereite hier so ein bisschen was vor ich hole noch mal eben den zweiten fingerabdruck was hast du vor ich mache mir eine lichtstraße zur garage ich habe warte da gibt es doch noch knick lichter so also wir brauchen eine lichtstraße zur garage so ich will meine räucherstäbchen wieder ja oder etwas umgeschmissen hast du jetzt eine räucherstäbchen du hast doch hier vorne welche hingetan oder nicht ach so du hast sie wieder mit rausgebracht also wir haben jetzt echt nur kurz dies ach so die aufgabe ist noch nicht erledigt ne die aufgabe noch nicht und wir haben noch 1 2 3 fotos wir wissen nicht welcher geist das ist da müssen wir nachher echt gut raten also dämonen würde ich ja momentan ausschließen mimik auch weil wir keinen orb sehen ja aber er muss nicht also er kann ich weiß ich weiß momentan tendiere ich irgendwie zu djinn ich weiß es aber auch nicht der djinn, der djinn, der djinn, der djinn der djinn bewegt sich schneller wenn sein opfer weit weg ist im ort seinen strom zu entziehen hindert den djinn am nutzen seiner fähigkeiten ja aus ist ja alles ja und er macht kein einziges mal den generator aus ne das stimmt deswegen er will strom haben das stimmt so mal gucken also ich ziehe jetzt ne so ja dev sofort oh Gott oh der kommt da hinten oh ich seh ihn willst du zuerst räuchern? ja jetzt komm 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 oh ich bin da komm 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 Ja. Du hast nicht gezündet, ne? Doch. Ach, okay. Okay, okay, okay. Du hast gezündet und dann habe ich gehört, wie er hinter uns herkommt. Ja, ich weiß. Und in dem kleinen Raum habe ich angefangen zu zünden. Kann es sein, dass der schneller geworden ist, als wir weiter weg waren? Weil der war ziemlich schnell wieder hinter uns. Und also, da er tatsächlich, die meisten Geister machen ja auch das Licht aus, während, also bei einer Jagd ist der Strom nachher aus, weißt du? Meistens. Diesmal war der Strom noch an, ich konnte auf dem Weg die Lichter wieder anmachen. Also ich würde auch tatsächlich zum Gin tendieren. Dann holen wir uns nochmal Räucher und machen mal Taro weiter. Du weißt, dass das Albtraum ist und wir beide sterben können? Ja, von mir aus, sonst bleibt wieder draußen. Ne, alles gut. Ja, du hast, ich will dich nicht drängen, ne? Du hast die ganzen Items geliefert, ne? Ja, drauf geschissen. Ich habe Kohle und das ist nur ein Spiel. Okay, so. Also die Kohle im Spiel. Ja. Okay. The Devil. Wow. Oh mein Gott, was heißt das? Ja, das war nur ein Event. Oh, dann hätte ich echt super gut, hätte ich hier... Foto machen können. Ziehen wir weiter. The Hermit. The Moon. The Tower. The Hermit. Aber mit The Fool. Oh, The Death. Oh Gott. Okay. Ich mache wieder zuerst, ne? Okay, alles klar. Jetzt. Shit, shit, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe die fucking Tür nicht zugekriegt. Oh, du bist auch da. Ja. Oh man. Ich habe die verkackte... Mal gucken, wo ist es denn jetzt ein Djinn gewesen? Ein Dämon. Oh mein Gott. Oh Gott, damit hätte ich aber jetzt nicht gerechnet. Nein. Was, ey. Alles für Nüsse hier. Und warum hat das jetzt nicht geklappt beim zweiten Mal? Ich weiß das nicht. Ich habe meine scheiß Schranktür nicht zugekriegt. Du warst auch an dem Schrank daneben, ne? Ja, ich war im ersten. Also wenn du reinkommst im ersten... Ja, und ich bin in den zweiten Gang. Ich habe mir die Tür nicht zugekriegt. Ja, und ich war bei... Der hatte dann uns beide instant quasi gemacht. Ja. Aber ich finde, ich fand, diesmal war er auch schneller bei uns als beim ersten Mal. Ja, und die Räucherstäbchen haben ihn überhaupt nicht gejuckt. Ich habe wieder im kleinen Raum mein Räucherstäbchen angemacht. Das hat ihn wohl gejuckt. Der ist uns die ganze Zeit hinterher gekommen. Die ganze Zeit. Mhm. Ja, und die Räucherstäbchen haben ihn überhaupt nicht gejuckt.